So, läuft jetzt die Aufnahme? Ja. Du kannst dich nicht mehr tragen, Schädel, okay. Ja, keine Ahnung, inwieweit wir jetzt gestartet sind. Kann sein, dass wir hier jetzt erst starten, weil die Aufnahme schon wieder abgeschmiert ist. Also zur Not sagen wir jetzt einfach schon mal wieder nochmal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Hier kann man Zeichnungen angucken. Okay. Aber wir sind ja eigentlich im Lager gestartet und hierher gerannt. Entweder ihr habt das schon gesehen oder nicht. Das wird nachgereicht. Ja. Auf jeden Fall sind wir in der nächsten Höhle, ganz in der Nähe von... Oh, Stoff. Von unserem Unterschlupf, die wir irgendwie übersehen haben. Das ist das letzte Teil vom Roboter. Ah. Und wir spielen mit Controller, falls die Steuerung ein bisschen komisch aussehen sollte. Falls ihr... Oh, jetzt habe ich es auch gehört. Okay, eine Wand mit lauter Kreuzen. Sieht aus wie so eine Bretterwand wieder. Hey, Erfolg gekriegt. Und ein Falukzeug. Timmy's Roboter. Ja, Timmy's Spielzeug. Oh, das ist ausrüsten. Was? Erfolg gekriegt? Ja, du musst das Spielzeug doch kombinieren mit allen Teilen, dann kriegst du einen Erfolg dafür. Ah, warte mal. Hatte ich das schon mal? Zack. Äh, okay. Hatte ich anscheinend schon. Ach. Ja, aber ich wusste nicht, dass wir den schon mal komplett hatten. Da oben ist irgendwo so ein Arsch. Arsch. Muschiklau? Nee, Muschiklau ist halt Vieh. Arm sie. Ja. Ein Arm sie. So hat sich das vom Gebrülle her angehört. Was war das denn? Oh. Nichts. Der Schlechter von Blaviken. Ach nee, das war Gerald von Riva. Wenn wir von der OZ kommen. Oh, da sind welche, da sind welche, da sind welche. Ich habe ihn gesehen, habe ihn gesehen, habe ihn gesehen. Da rein, da rein. Oh, jetzt geht es los mit dem Auswählen im Inventar. Hm, deswegen habe ich ihn Speer, ich lasse ihn Speer. Äh, warte, ich würde erstmal einen Vorsitzender rechts, ist nämlich die 1G-Bohren. Warum kann ich jetzt nicht zielen? Warum kann ich nicht zielen? Achso, ich muss, ah, falsche Taste. Okay. Falscher Knopf. Treffer. Er ist aber nicht tot, was da wird er ihm macht. Oh, kompliziert. Oh, da kommt er. Der da? Oh. Ja, oh, 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 Galopp-Lines, Galopp-Lines. Dickerchen. Geh, ah. Ich brenne doch. Stich, 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 stich. Ist er tot schon? Nee. Ach, da ist er. Man sieht dich gar nicht, brenn doch mal. Bring doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Galoppelchen. Oh. Au. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach, springen mit Y, stimmt ja. Es ist so rotze, ey. Mist, Mist, Mist. Da muss man sich erst mal ein bisschen dran gewöhnen. Galoppel. Ah. Ich meine, hey. Ich treffe die so nicht, Alter. Okay, Galoppel ist tot. Galoppel ist tot. Ja, er ist weg. Oh, Hilfe. Äh, was macht er denn? Alter. Ich hab von dem Moonwalk gemacht. Er umzingelt dich. Nein, der hat dem Moonwalk gemacht. Ich muss erst mal wieder ein paar Pfeile von ihm absammeln. Ah, rüste aus, schnell. Wir sind blocken, wir sind blocken. LT, LT. LT? Ja. Okay. Das geht mit dem Spiel aber nicht. Das ist ja Witz an der Sache. Aua. Oh, wo kommt die alle her? Verdammt. Nein, nicht da rumgucken. Boah, Alter. Lass dich in Ruhe. Na? Ich hau dir auf die Füße. Oh, Alter. Ich komm mit Kontrolle her. Ich beklage mir sowas. Das geht ja hier auch nicht. Okay, wir haben's. Ich mach mal vorher hier. Das wird ein Hauch. Ach, Mist. Wo ist denn? Ach, du Gott. Wie komm ich denn? Ah, jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Feuerchen. Wie lass ich den da fallen? Ach, mit B. Okay. Ich mach mal die ganzen Pfeile wieder absammeln. Hast du Rüstung schon abgesammelt? Ja. Warum können wir Galoppeleins eigentlich nicht, äh, aufwerfen? Brutzeln? Brutzeln. Ich weiß gar nicht, wie ein Mutant schmeckt. Also. Stoff. Oh. Oh. Ist das der nächste Passage hier? Der sieht ja noch relativ heiler aus. Also ich, sag mal, es geht ihm jetzt nicht so gut, aber. Oh Mann, lass doch mal die Uhr los. Oh. Ach, hier ist noch Stoff. Okay. Sieht hier relativ weitläufig aus. Du kannst nicht mehr dran schiedeln, das weiß ich schon. Also die Machete ist eigentlich relativ gut. Die ist schön schnell, muss ich sagen. Sammeln wir mal die letzten vier Knochen aneinander auf. Ich hab keinen Platz mehr. Ja. Boah. Es explodiert für um nicht alles hier. Okay, Schädel geht nicht, oder? Wann mal Feuerzeug. Zack. Zack. Ich guck mal hier ein Stückchen nach hinten. Ob sie überhaupt weiter geht. Auf jeden Fall sind hier noch Koffer. Ruckel. Ach Mann, lass doch mal den Tennisball los. Kann so nicht spielen. Das ist furchtbar. Es ist interessant. Also die Interessante, das ist scheiße. Es ist einfach nur scheiße. Das ist die Wohnheitssache. Ja, Miss Katex spielt ja nur so. Oh Gott, ne. Ich meine, ich hab jetzt bei der Vorzeit mir wirklich schon so dran. Hier würde ich... Das geht gar nicht mehr. Ja, der Schnellzugriff fehlt mir jetzt halt ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir einfach zu doof, den zu benutzen, oder? Ich hoffe mal, dass die ersten paar Aufnahmen-Minuten nicht kaputt sind. Aber ich weiß auch nicht. Die externe SSD, die ich dran habe, die fliegt irgendwie immer raus, sobald ich Aufnahme starte. Oha, dunkel. Geht das denn aus? Oh, das macht bestimmt gleich wieder Quietsch. Hier sind doch bestimmt wieder Fledarmäuse. Nein, nein, da ist nichts. Nein, nein, nein. Achso, rechter Stick. Ah, Dunkelheit. Hell. Naja, hell. Relativ. Das wird immer enger. Ich habe doch Angst im engen... Enges Ideenmacherbegriff. Ja. Juhu. Ich bin wieder sauber. Äh. Saubär. Captain Saubär. Ach. Du hast ja auch dieses... Nein, noch einer. Dieses Rauschen oder sowas, dieses... Äh. Hey, Cola-Dose. Ich trinke mal einen Schluck. Nein. Alter, ich komme mit dem... Ich komme aber nicht klar. Oh ja, dann trinke ich auch was. Äh. LT. Nein, verkehrter Knopf. Da. Alter, mach den Feuerzeug an. Oh, ah, sie hat... Oh, oh, oh. Das war ja krass. Oh, Passagier entdeckt. Hä? Der entdeckt als Passagier. Der Kollege. Hallo, Kumpo. Geld, 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 Geld. Deine Därmchen hängen raus. Achso, hier... Gehen wir jetzt weiter. Oh, hier geht's weiter. Und andere Seite geht's auch weiter, ja. Oh, Alter, ich komme mit oben und unten nicht klar, ey. Hier geht's auch weiter. Ja, wir gehen jetzt mal hier lang. Ne, da liegt Fleisch. Ich gehe durch. Mh, riech mal. Mh, nom, 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 nom. Achso, hier ist... Da ist ein Verschlag. Warte mal. Äh, was war denn das? Ja, ich weiß nicht. Ne, das ist wohl so eine Lampe, so eine Schädellampe. Achso, okay. Das war irgendwie so eine Scheiße da. Äh, hier ist... Was war das? Da unten ist ein Bild. Äh... Hast du das gehört? Das ist ein Muschiklaus. Dieses Patsch, 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 Patsch? Ja, das war so... Das ist ein Muschiklaus. Okay. Mensch, lass doch mal den Schädel da los. Ist der über uns? Ich weiß nicht, ob er in... In uns ist. Hä? Hast du das Bild am Beginn genommen? Nee. Jetzt. Boah. Mit dem Kopf in der Hand, okay. Wenn Kinder sowas zeichnen, geht man mit ihnen zum Psychologen. Hä? Was? Warum? Der kann doch bloß über uns sein. Hä? Was denn jetzt? Nichts. War jetzt wieder raus. Hä? Neuer Eintrag? Hä? Was? Wo geht's denn hin? Äh, hier waren wir doch schon mal. Neuer Eintrag? Tutulisse. Hä? Hier ist die Fahne. Die gelbe. Oh. Okay. Hä? Kann das sein, dass wir die beim letzten Mal entdeckt haben, aber wir sind nicht reingegangen? Das kann sein, dass wir hier einfach schon mal was hingepackt haben, ja. Dass das nämlich eine andere gelbe ist. Das kann sein, weil wir hatten ja, wir hatten ja noch nicht alles gefunden. Uh, der hat Alkohol dabei. Ja, wir hatten ja das letzte Teil vom Roboter und so noch nicht. Ja. Zack, 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 zack. Tja, nochmal rein. Ja, warte mal. Wir müssen ja den anderen Weg da noch auskundschaften. Hast du mir eine Flasche Alkohol geklaut? Schwein, du. Ich weiß es nicht. Was ist da? Oh, ruckel, ruckel. Ach man, mach doch das nicht mehr. Was war das denn? Doch, die sind über uns. Hier raschelt es doch auch schon wieder. Das hört sich an, als ob die eigentlich auf der gleichen Höhe sind. Oder sie mitkloppen. Oh, ich hab keine Wache gerüstet. Alter. Hab weggeklopft. Oh, ich drück mal den falschen Knopf. Drück doch mal, LT, Mann. Zack, 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 zack. Tja, keine Ahnung. Also entweder ist es ein... Ja, ist es. Obwohl, nee, so einen kurzen Höhenausgang. Da rennen ja eigentlich keine Eingeborenen rum. Ne, wieso sind wir zu? Haben wir jetzt einen Endlustvorrat an Cola-Dosen und so? Ja, von der Sache her schon. Das sind ja zwei separate Gebiete von der Sache her. Da ist ja immer so kein Ladebildschirm zwischen. Ja, stimmt. Immer wenn wir uns durchzwängen und das kurz mal ruckelt, lädt er ja quasi. Ja, genau. Ah, Fledermäuse. Oh, jedes Mal warte ich auf dieses... Wicht! Da bring doch mal eine Kanne Öl mit. Ach, hier ist schon wieder Fledermäuse. Ähm. Hast du sie gekillt? Was? Das geht? Was? Das wusste ich nicht. Oh, was? Was? Ernsthaft? Alter, oh, ist das fies, Alter. Man kann dich einfach von der Decke flüllen. Oh, ist das gemein. Ich habe das noch nie probiert. Ich auch nicht. Das war ja so, ich habe zufällig. Ach, komm, mach mal probier mal. Zack. Und weg. Oh, ist das? Boah. Oh, das ist ein bisschen vieler Mäuse. Da sind Kisten. Hier waren wir doch auch noch nicht. Ne, ne, das ist neu. Ist hier auch noch drin, oder? Auch noch? Auch noch? Ist hier alles so flach? Aber ich sehe zumindest... ...wicht es mal keinen? Oh, flach mit seinen Gehbohrenen. Aber wo hängt er denn jetzt? Koffe! Oh, was war das denn? Boah. Mann, du musst doch nicht gleich Kopf unter Wasser stecken, Junge. Oh, du... Ach, Mann. Schon wieder Cola. Ich kriege den Koffer. Er kickt den immer weg, bevor ich draufhauen kann. Jetzt. Da war Zokollade drin. Ich auch. Oh, warte mal. Dann esse ich ein Riegelchen. Und nehme einen neuen mit. Oh, Batterien. Hä? Wieso geht das? Ach, schon. Wieso geht das nicht? So. Sauber sind wir auch wieder. Ja. Unsere Seelen wurden wieder reingewaschen. Wurden wieder reingewaschen. Äh. Oh, hier geht's ja noch mal nach links. Da unten lang. Erst mal links. Ja, genau. Okay. Boah. Oh, Ruckel. Alter, der muss schon so Hornhaut auf den Daumen haben. Und ich glaube, wir hängen ja hier noch. Und Panzertape haben wir auch bei. Oh, Gott. Gott, wie schlicht. Was liegt denn hier auf dem Boden? Ach, Köpfel. Schöpfel. Alter, wie viele Leute passen denn in so ein Flugzeug? Da liegen schon ein paar Hunder drin. Ich hab's gehört. Ich guck gar nicht hin. So schön. Schon wieder dieses Rauschen. Dieses Säuseln vom Wind. Dieses Huhlen. Uuuuuhu. Oh. Was jetzt? Noch eine Zeichnung. Oh mein Gott. Ach. Das Loch. Das Loch. Und was ist das? Eine Mumie. Ohne Kopf. Eine Mumie. Hier liegen ja hier noch. Ja, aber das ist ja eine richtige Mumie. Auch schon ein bisschen schwarz angegammelt. Aber von wo kam der denn? Hier geht's. Soll ich jetzt wieder raus? Nee. Da ist noch eine Kiste da hinten. Oh mein Gott. Okay. Was ist denn Notiz hinzugefügt? Hä? Na vielleicht wieder wegen Höhleneingang. Ich guck über den Sandbuch. Äh? Äh. Komm ich denn da... Oh Alter, wie komm ich denn da oben hin? Mit RB. Kommt die Reiter nicht? Leg mich auf Arsch. Ach so. Oh Alter. Das sieht ja schon ganz gut aus. Aber ja, was haben wir da jetzt? Hm. Geistige Gesundheit. 40%. Was hab ich nur getan? Ich glaub 98. Was? Aber was hab ich denn getan? Warum geht's ihm so schlecht? Na letztes Mal war es ja krank gewesen. Aber ich hab gesagt, du musst mal... Was machen dagegen? Hast du ja auch gemacht. Ja. Wahrscheinlich zu spät. So gut. Ich geh da mal gucken. Kommst du mit? Ich komm mit. Gott sei Dank. Man weiß ja nicht. Was ist das? Leuchtstab. Toll. Die Kiste geht nicht auf. Das scheint schon wieder laut zu werden. Hier geht's raus. Guck mal, wie er jetzt im Loch... Oh, guck mal, diese Aussicht. Hä? Aber hier geht's nicht weiter, oder? Boah, wenn ich jetzt hier abschmiere. Ich schmiere nicht ab. Hier geht's nicht weiter. Wäre ich hier gar nicht lang gegangen. Gut. Wurde gar nicht hinterher gegangen sind. Komm doch mal. Wäh, wäh. Geh weg. Komm doch. Okay. Mir ist kalt. Ich geh wieder rein. Ja, ich geh auch wieder rein. Da riege ich es wiesen. Ich geh nicht. Das stimmt. Ob's da jetzt viel wärmer ist? Oh, ruckel. Oh, mega ruckel. Alter. Das war gut, ja. Ich stell mich hier in die Kerze. Ich wollte gerade sagen, ich werde mich auch ein bisschen... Ich muss mich ja bloß drüber hocken. Das bringt irgendwie null, kann das sein? Ne, bringt gar nichts. Oh, warte. Ah, wie war das? Überlebensbuch, so. Oh, wieder dahin. Oh, da, 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 da. Zack, zack. Fai, fai. Bevor wir sterben. Stebähn? Stebähn. Stebähn. Ach so. Wenn das mal echt so schnell ginge, mit Aufwärmen und Klamotten trocknen. Überhaupt ein Feuer machen in der Schnelligkeit. Dass es auch angeht. Außer schon Flammenwerfer. So, okay. Ach so, springen jetzt hier. Oh Gott. Ich hab voll Honk, hatten das auf den Controller auf Y gelegt. Bei welchen Spielen war das noch so mit Y springen? War es nicht bei Bioshock auch so? Man könnte auch Bioshock springen? Man konnte doch gar nicht springen. Doch. Nö. Nicht? Nee, also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, dass man bei Bioshock springen könnte. Na gut, vielleicht irre ich mich da auch. Ja, das war auch so ein Kackspiel, wo man überhaupt nicht springen konnte. Aber bei irgendwelchen Spielen, also mit Y, das ist tatsächlich gar nicht so unüblich. Ja, das ist richtig, aber doch nicht hier. Ja, schöner wäre natürlich A. Oh, da war was. Oh. Wieder ein Armsey. Armsey-Liga. Drüber gucken, doch. Warte mal, hier liegt was. Warte mal, da war kommt was. Ein Kreuz. Oh, warte mal, ich muss mal was. Jesus, wir fahren nach Lodz. Hey, muss mal was trinken. Ja, ein Snack nämlich, oh. Ich bin der Durst. Aua. Okay. Mach mal bloß ne ganz... Ja, ja, ja. Hier kommen wir durch. Ja, ja, du geh mal vor, ich bleib hier, ne? Ja. Gib dir rücken, dann. Warte, warte, ich hole bloß die eine Seite hier raus, so ein bisschen. Ja. Hat das wirklich geklappt. Mano. Pass auf. Ich hör' ihn noch schon. Ich hör' ihn galoppeln, ja. Oh, warte mal. Wir haben doch so viele Leuchtfackeln. Warum nehmen wir die nicht einfach hoch mal? Äh, warte mal. Wie knicke ich denn die? Ah, okay. So. Oh. Okay. Hä? Die sind ja übelst weit weg. Ist das vielleicht wie mit dem Muschi-Klaus-Wahn-Fahin? Dass der gar nicht hier ist? Oh. Mieau. Hä? To-Do-List aktualisiert. Was ist jetzt schon wieder? Genau. Ja, aber hier sind sie irgendwo. Und schon wieder To-Do-List aktualisiert. Alter. Oh, kam er denn. Nein, ich hab' es! Ich hab' es! Alter! War die Lichter an! Ah! Ist doch... Ist das ne Rotze, ey! Das ist die Öffnung vielleicht doch größer, Mann. Nein! Ja, gut. Der Gelobblei hat jetzt wieder da durchpreschend, sowieso hin. Alter. warte mal ich trinke erstmal kurzen schluck ja 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 ich werfe nur mal fackel toll er zog der mitschweiß können stimmt aber dann ist er ja gleich kaputt hatte ich zünd ihn an ok wie es scheint hat er sich da so ein bisschen festgepackt fast ja ich spicke ihn mal ein bisschen ach du auch immer mit die guten pfeile kommen jetzt das ist doch scheißegal ob sie das tod ok ok das war es aber das abbrechen ok erst mit pfeile absammeln ich muss ein paar jungen geballert ja ist egal du kannst ja mitnehmen ich habe meine eigenen hier liegen noch welche auf jeden fall dem rücken zum feind wie ich das oh gott ich kann nichts mehr tragen nein die gute mutantenrüstung scheiße wieso kann ich nicht mitnehmen ne wo liegt die scheiße ich kann ihn auch nicht mehr abluten naja warte mal warte mal warte mal warte mal ich ziehe mutantenrüstung an aus meinem inventar nein anlegen was machst du den hier hallo so mutantenrüstung ausrüsten ach das wird da weg so jetzt konnte ich es mitnehmen das wäre nämlich zu schade kinder zu sehen kinder zu sehen war noch aber zu hören doch mindestens doch doch da ganz hinten in der ecke glaube ich hinten rechts ich muss mich mal warte ich darf da noch mal was hin weil wozu haben wir es denn und nö doch da kommt er da kommt er hat er uns gesehen ja na klar hallo hä 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 wo ist er denn da hier der ging aber schnell tot hä warte jetzt bist du spiderman der war noch nicht tot der war noch nicht tot hä spieler wat gabbel loppeln hören geh mal mal hier links ja warte mal hier ist so ein großer platz dann machen wir uns doch mal ein schönes feuerchen oh hier geht es nach unten hier ist der eke die nach unten geht ok ja da geht es also nicht weiter warte mal ich haue den wo sind dort weiter ich haue den mal noch hier auf den grill was ist denn das da gewesen und dann können wir in der nächsten folge nämlich weiter gehen hä was aber es hat schon wieder so ein geräusch gemacht hä da hängt jetzt was in der da hängt was in der luft hier hängen noch leichenteile ne daneben also halbe körper das sehe ich nicht da so hier da hängt was in der luft das sehe ich nicht hä ne genau das ist gerade von oben runter weil es ist wie eine schüssel oder irgendwas hier macht doch schon wieder was geräusche als ob hier inner was durchgegen schleift oder so ja keine ahnung also wir grillen uns den jetzt hier noch und den äh das ist ein bauarbeiterhelm der bei mir da oben hängt achso der hängt da nur luft warte mal ich mach mir hier nochmal ein lichter ne bei mir nicht ich sehe nicht oh hier Knochen kannst du Knochen noch nehmen achso warte ich kann dann mach du doch ah ich dachte ich kann keinen mehr nehmen so dann sehen wir uns zur nächsten folge wieder wenn es wieder heißt let's play tv restos oder so ich muss mir jetzt mal abgefühlen das schaffst du sowieso nicht ne schaff ich auch nicht ne da hinten geht es ja wieder runter genau ja das machen wir dann nochmal in dieser Folge ja tschüss tschüss und nicht noch das machen wir ja das machen wir ja das funktioniert nicht ihnen sind sagt des Das war's für heute. Das war's für heute.